Die israelische Armee will heute mit dem Rückzug aus Teilen der Palästinenser-Gebiete beginnen. Besondere Sorgen macht man sich in Pilzacker. Denn die idyllische Stadt mit den wunderschönen Fachwerkhäusern und Kopfsteinpflaster, die hat keinen Deich. Sie sind jetzt ungefähr mit der Funksicht unter Wasser. Ich muss zur Arbeit. Lass mich hier nicht mitirren. Fahr, 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 fahr! Weiter, weiter! David! Kippstoff! Na ja, das ist... Hm! Hm! Napet resume ... ... ... Amen. 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 Amen.